Hallo und herzlich willkommen zurück zu Contrast, liebe Leute. Wir müssen immer noch diesen Prinzen da finden, dieses Puppenspiel reparieren. Und mal gucken, was noch so kommt jetzt. Oh, Leute. Gänsepelle am ganzen Körper. Ich hasse Spinnen ja, wie die Pest, ne? Ob es glaubt oder nicht, aber Spinnen gehen gar nicht. Oh, ich hasse sie. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist ja jetzt echt nicht euer Ernst. Oh, das ist ja jetzt. Oh, das ist ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, kommt. Töten wir den Drachen auch noch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Ich liebe Muffins. Ich liebe Muffins. Oh Gott, Hilfe. Ich habe mich jetzt so erschrocken gegen diesen Wind, der da rauskam. Ich dachte, der wäre böse. Ich hoffe, der ist gut. Ja. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn die Prinzessin auf die Lähe des Dragons kam, sie war nicht sehr überraschend, zu sehen Fred hängen von der Ruf des Dragons Cave. So sie tauntet den Dragon, bis sie ihre Fieröre bräuchte. Okay. Yay! Zeke! 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 Das ist eine andere Version der Geschichte, in der die Prinzessin auf den Drakons zurückfliehlt, um ein Leben voll von Wettbewerbs zu haben, aber das ist für einen anderen Tag. Haben wir das jetzt auch repariert? Ja, du hast es geschafft! So Leute, jetzt hole ich mir noch meine Kügelchen. Okay. 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 Komm, wir haben hier hinten noch unseren... Oh nee, den haben wir doch, oder? Nee, den haben wir auch noch nicht. Leute, es sind noch drei Kugeln. Hier zu holen, und ich habe noch keine von denen geschafft. Eins. Zwei. 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 Oh Gott, das wären Leute. Zwei. Kommt. Wir suchen die letzte Attraktion näher. Das hat doch keinen Sinn. Wie soll man an denen da oben rankommen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir passen den Ding jetzt noch einmal. Nein. Okay. 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 We're not gonna do that. Ich denke, ich kann das jetzt aufhören. Ich denke, du musst den Beacon arbeiten. Kinney ist eine Frage. Giddyll, Fursy! Giddyll! Wow! Woohoo! Yay! Yay! Wee, riding cowboy! Get along, little doggies! Das kann ja nicht sooo schwer sein, Leute. Das kann ja nicht sooo schwer sein, Leute. Ach, scheiße. Ach, дочки шпунули. Oops, sorry, was I in the way? Ach, scheiße. 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 Sorry, was I in the way? Komm schon! Oh, ist doch doof! So, wieder der Hofuuffe färbt. So, wieder der Hofuuffe färbt. So, wieder der Hofuuffe färbt. Oh, das wird nicht plötzlich wie bei der Hof Estoy noch auf sich. Zwei Games starch. Oh nein, jetzt hab ich Doppelklick gemacht! Leute! Are you okay up there? Ich glaube, du musst den Beacon arbeiten. Okay, jetzt kannst du auf den Reuben und den Ballon entangle. Oh! Oh! Ich denke, du kannst du hier rausben. Heilig. Wo komme ich jetzt wieder raus? Wenn man die falsche Taste drückt, ist das nicht so optimal. Wenn man die falsche Taste drückt, ist das nicht so optimal. Wenn man die falsche Taste drückt, will man die falsche Taste drückt, will man die falsche Taste drückt. Sag mir jetzt nicht, ich bin in dem Ding drin. Doch, ich war in dem Ding drin. Ich gehe jetzt nirgends wohin. Ich will diese Sch... Läuftkugeln wieder haben. Darf ich alles nochmal machen? Nur weil ich sie nicht erst geholt habe. Mann! Das ist doch blöd. 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 Ach komm. Das sind ja nur drei Leuchtkugeln. Egal. Nein. Wo komme ich da jetzt hin? Das ist von oben. Ach. Ich kann euch da hin. Guck. Pfff. Pfff. Na super, runtergefallen. Okay, scheiß auf vier Leuchtkugeln. Vincenzo came back. Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back, I got a princess for my puppet theater, and my pirate ship is sailing the Bounding Man. So you're a man of your words. Go ahead. Count it. It's all there. You need a hand with your stuff. My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. You provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are going to put you in the river. Without Cat and DeeDee, I wouldn't care much what they did. Oh. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Mincenzo. Oh, this is Mähdl, This is Mähdl, ne? This is Mähdl. So, my dear friends, und das war's für heute wieder mit Contrast. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. und würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder von Contrast. Also, macht's mit meinem Leben. Ciao! Ciao!